Hallo bei einer neuen Folge von RAP ON TOUR quasi. Ich war letzte Woche mit meiner Frau zusammen beim Harald Peter und haben sein kleines Shooting gemacht. Und zwar, Hauptthema war A Vapy Light. Und der Harald, der hat auch noch ein paar normale Fotos gemacht, so wie er die sonst immer macht mit so hartem Licht und starken Kontrasten. Und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit und zeige euch, wie der Harald so arbeitet und wie meine Frau da eine gute Figur macht bei dem Ganzen. Und genau, ich wollte auch noch ein bisschen was zum Thema Vapy Light sagen. Also, dass man das Licht nutzt, was vorhanden ist, wie zum Beispiel das Sonnenlicht von draußen. Ich sitze ja hier gerade am Fenster und man kann schon sehen, dass die eine Seite etwas hell ist, die andere ist ein bisschen dunkler. Und genau sowas haben wir quasi auch beim Harald gemacht. Und da dachte ich, ich nehme euch da mal mit und zeige euch das mal. Der Harald selber, das ist ein guter Freund von mir, selber auch Fotograf und wohnt gerade eine Viertelstunde vor mir weg. Und das Schöne ist, dass wir immer einen sehr, sehr regen Kontakt haben und viel uns austauschen. Und ich hatte ja schon bei dem Video über den Stammtisch in Darmstadt ganz kurz angedeutet, wie wichtig das ist, dass man Kontakt hält zu anderen Fotografen und sich austauscht. Und genau, dann nehme ich euch einfach mal mit. Und schaut uns zu. Das wird auf jeden Fall lustig. Die habe ich jetzt auch mit dabei. Oder die war mit dabei. Die ist ja schon wieder jetzt ein Punkt her. Und im Anschluss gibt es dann auch noch Fotos von Harald und auch Fotos, die ich gemacht habe. Ja, dann habe ich beide Fotos gemacht. Harald hat extra gesagt, ich sollte die Kamera mitnehmen, was ich dann auch gemacht habe. Und wie gesagt, viel Spaß. Schaut uns zu und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Oh, geht's nicht auf? Müsst du es noch mal machen, ja. Oh, danke. Oh Gott, hier fällt es auf meiner Brust. Volle Garde. Alles klar. Hier ist du mein Sonnenlicht. Jeder hat drei Minuten rum. Ich liebe dich, vermisse dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.